Guten Morgen, Gewinnerin. Atme tief ein. Du stehst hoch oben auf dem Gipfel deines Erfolges und schaust auf alle hinab, die je an dir gezweifelt haben. Fick diese Loser. Fick sie und ihre hässlichen Hackfressen. Krasser Scheiß. Gehen wir jetzt zur Schule, oder? Was? Two plus two. Letzter Schultag. Das war's mit der High School. Ich will die Zahlen zum Budget nochmal durchgeben. Eier den Abschluss und dann ab auf College. Das war's dann, oder? Wir bleiben hartnäckig. Ich kann euch nicht hören. Gehen wir, Molly. Die Tür ist völlig scheidig. Geh hin und rede mit Ryan. Sie hat ein unglaublich süßes Lächeln. Amy, weißt du eigentlich, wie viele Mädchen sie nächstes Jahr in der Columbia auf deine Vagina stürzen? Wir müssen heute Abend auf eine Party gehen. Was? Es war unsere Entscheidung, nicht feiern zu gehen, damit wir uns auf die Schule konzentrieren und auf ein gutes College kommen. Und es hat funktioniert. Aber die Verantwortungslosen, die feiern waren, kommen auch auf diese College. Ich bin zwar absolut super am Runterholen, aber ich hatte auch einen fast perfekten Unitest. Desinfektionsgel. Check. Liquidpflege. Check das Pepper Spray. Es ist sehr wichtig, dass du nicht... Oh! Nicht umrennen! Verdammt nochmal, was soll das? Wir stellen die Fragen! Oh mein Gott! Sag bloß nicht, dass wir zwei ein Date haben. Wieso ist bloß nicht, dass deine Eltern denken, wir treiben? Was ihr zwei habt, ist was Besonderes. Wir wollen uns so richtig zeigen, wie sehr wir einander wühlen. Wir machen vermutlich nur eine koreanische Gesichtsmaske. Ich muss diese Worte nicht alle kennen.